Hey, wo ist Sven? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung geworden. Hopp! Hey Sven, wir sind schnell aufs Sendung, komm! Wir brauchen noch zwei Minuten. Nimm doch die Murmeli von Ewige Liebe schnell. Also kommen wir hier, kommen wir hier. Wir müssen überbrücken. Was ist das? Schiesspumpf im Kaffika, oder was? Hey, wir müssen nach Proben. Okay? Also. Papi! Mami! Hey, ich als Murmeli fühle mich einfach so unsetzi. Ich habe eine Figur wie ein A. Ich will aber lieber eine Figur wie ein V. Der macht doch den Kopfstand! Schau mal, Papi. Wie das Murmeli will ich mal aussehen. Aber Pasteli, das ist doch kein Murmeli. Was? Das ist ein Sven Epiney. Das ist ein Sven Epiney. Nein, das ist nicht ein Sven Epiney. Sven Epiney ist in der Garderobe. Hey Sven, hoch Müll! Komm, komm, komm! Jetzt singen! Wir können doch nicht singen! Hey, das ist Schweizer Fernseher! Es reicht nicht vor euch! Wir werden einfach da rein. Das ist es aber, was wir da an – noch gar nicht mehr ist. Wir haben noch keine Ahnung. Wir lernen auch die Ahnung. Wir lernen einen, was wir kalt. Und die Ahnung sind die Ahnung. Aber ich denke schon, wir werden sie spielen. Wollst du ein Eis, ein Kaffee mit Schnaps, ein Jas und ein Stumpen gehör dazu, ein Kaffee mit Schnaps, ein Jas und der Schweizer hat sie Ruhe. Doch geht's nicht lang, hat er den Drang und kann's nicht an, drum fangt das Elen immer, immer wieder an, drum fangt das Elen immer, immer wieder an. Oh, leck du mir, oh, leck du mir, oh, leck du mir am Tschöp, ich burscht du mir den Pukkelapp und plass du mir in die Schuhe. Oh, leck du mir, oh, leck du mir, oh, leck du mir am Tschöp, ich burscht du mir den Pukkelapp und plass du mir in die Schuhe. Dai, Dai, Dai Dai, 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 Dai. Hey! Hey!